Wir haben gerade zum Bedanken von der Küche, die wir haben, also aus meiner Sicht, sollten wir, dass wir eine von der Küche, die wir haben, mit der Güte haben, also 18 Kilometer, im Verein durch die 1990s 4215 oder inlots gehen, aber dann bei der Schreiterklauch der Gücheitautung, nicht lernt es. Leitung geht's abläuft, ihr werdet nach Andereck曲 machen. 400 Kilometer und zwar so, Das ist auch so viele Wunder, oder? Schön, schön. Das ist eine Achtzunferbarung. Das ist eine Achtzunferbarung. Also, ich werde das mal auf der Söpfung sehen. Wenn wir jetzt auf der Söpfung kommen, die sich auch ran treten, und mal... Also, die schalten auch, was ich jetzt mal sehe, dass das beim Klöpfergebnis ist, und das dann wieder machen. Also, es wird sehr quer oben. Ja, genau. Es wird sehr quer oben. Ja, genau. Und dann alles drunter. Das ist eine Achtzunferbarung. Das ist ein Achtzunferbarung. Das ist ein Achtzunferbarung. Bei 120 km, die jetzt gehen, akzeptabel. 227 km wird. Das ist ein Achtzunferbarung. Das ist ein Achtzunferbarung. Ich schalte das aber gleich noch mal runter, und dann schicke ich das mal an dem Seiler, in den beiden KWs. Das ist ein Achtzunferbarung. Okay, gleich. Das ist ein Achtzunferbarung. Genau, die Schatten. Das ist ein Achtzunferbarung. Ja, okay. Das ist ein Achtzunferbarung. Tschüss. Das ist ein Achtzunferbarung. Der hat die Böse nicht gebraucht. Das ist ein Achtzunferbarung. Das ist ein Achtzunferbarung. Das ist ein Achtzunferbarung. Das ist ein Achtzunferbarung. Stuttgart Mensch, hier ist einer, das ist das, wo ein Mensch hat. Hier ist das, wo ein Mensch hat. Hier ist das, wo ein Mensch hat. Oh, jetzt hätten wir schon in Frankfurt sein müssen. Oh, was denn halt? Vorarte von Frankfurt. Ja, vor allem, allein schon mit der Gewichtung, dass sie davon eigentlich in der Kollektion gar nicht vorgehen. Kommt ja noch nicht. Super. Ja, ich sage, ich muss jetzt einfach ganz schwer sein. Ich habe das Problem gehabt, ich habe einen Nachhinein zu fragen, von jemandem, der damit das bieten will. Soll ich jetzt noch nichts gehört habe, und jetzt will ich das nur ganz fairerweise sagen, bevor er hier lebt, der sauer wäre, schlussendliche Informationen. Ja. 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 Auf dem Dach mal, ja. Ja, du hast ein Hof, das kann man da hin. Hab ich auch. Ha? Ja. Schokolade essen. Ja, ja, wie der kommt das? Ja, ja. Ich bin da noch nicht schon eins unterhanden. Parkschritt, ja? Ja. 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 Ich bin da über Amsterdam-Weinflug. Die wollen jetzt so rein und dann so eine Preuung. Und dann haben wir das jetzt. Ja, das war so. Ja, genau. Genau. Ja, das war so. Ja, genau. 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 Ja. Auf der Nutzernfahrt Spägel Neumkunft in Frankfurt konnte weiter ein Lichtwartenanschluss zum 10 Richtung Köln über Frankfurt Flughafen in der Buxet und der Bauts Siegburg Rund um 14.10. Zivilanschluss zum Regionalexpress in Neuchterung in Würfstadt-Würgitest. Ich gebe Ihnen Ihre nächsten Arbeitsmöglichkeiten bekannt. Sie erreichen in Frankfurt noch den Anschluss zum Eurostilie in Richtung Stuttgart. Übernacht startet der Zeit über der Bunde Reine der Buxet und der Buxet und Platz 920 dieser Zug erwartet im Gleis in Anwar-Wald. Blimmikas in Richtung Friedberg um Platz 923 und Platz 12 mit Regionalexpress in Richtung Saarbrückener Bad Kreuznach um Platz 920 und 1120. Die Rundzeit nach Eurostilie in Richtung Haarnau besteht mit Regenrach 90 und 1120 Richtung Pörse und Rückabendung im Gleis in Richtung Köln. Richtung Pörse und Rückabendung im Abstand mit dem Gleis in Richtung Köln über den Buxet und Bonterbauer und Siegburg Bonn. Ich stehe dann hier auf Frankfurt mit dem WC um 14.17.380. Wir verabschieden uns halt vergessen die Ehre in Frankfurt um einen Rumpanhof aus und umsteigen. Verlag uns für die Rassmittel der Deutschen Bahn. Ich möchte uns an dieser Stelle für die Verspätung und die dadurch entschiedene Unmöglichkeiten entschuldigen. Und schauen für noch einen schönen Tag und sagen Tschüss und wiedersehen. Ladies and gentlemen, humanistische Ritter, ich stoppe Frankfurt. WC station, in앞 goings zu Morgen ist die den Schuhlatt von Windheim nach Verlust Station. In der nächsten Connection, Sie können Transfer, zu Intercity, zu Stuttgart, Windheim, Schubert von Reiner, die Prünft für 20 von Track 11. Die nächsten Connection in der Tupac-Vort rider, ist Intercity, die Prünft für 42 von Track 6. Die nächste Connection für Passage, zu Cologne, Wäldinggoch, Südemont overall, und Siegburg원�en, ist Intercity, die Prünft für 317 von Track 8. Der wird geweinigt, der ist oder wurde geweinigt, wo das Sack draußen gestanden wird, dann wird aus Bordstraßen waren getauscht, oder? Intercity to Hamburg via Friedberg and Hamburg, departure to 23 on platform 12, local train to Saarbrücken via Frankfurt Airport in Niederoberstein, departure to 25 on platform 20. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wettbewerb Nicht drücken. Leads in turn, no offense at the moment. Delayed by 12 minutes. Point to construction, we're on the line between Kassel and Gartforge. So, we should return, next stop.